Die sich hier angebotene 3-Zimmer-Wohnung ist ab dem 1. Dezember zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf, unter Bilk. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der möblierten Wohnung liegt bei ca. 60 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 1180 Euro. Kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben. Untertitelung des ZDF, 2020